Meine Tochter war mit Freunden zu Gast und wir sitzen da zusammen und Familien und so weiter. Natürlich war bei mir der Kopf auch da, da ist Fußball und ich muss jetzt hier sitzen und Film gucken. Er war schon da, aber Papa muss nett sein. Action oder Komödie, um das noch einmal einzugrenzen? Ja, so ein milder Dramm, wo du schon schlafen kannst, aber ich war nett und meine Tochter hat mich danken gesagt. Aber dann natürlich alles schon weg und dann bin ich hier schon zusammenfasst und natürlich geguckt und kannst du meine Programme speichern. Und ich habe natürlich welche Tore gesehen, klar. Aber nochmal, ich habe immer gesagt, Fußball ist eine sehr gute Geschichte und so weiter. Aber bei Familien gibt es auch Sachen, die man akzeptieren muss. Das war gestern. Ich hoffe, das wird nicht jeden Tag so. Der Freund darf nur einmal in der Woche kommen. Ja, Champions League ist teilweise bei mir auch ein bisschen eng. Aber dann bin ich schon echt hart und sage ich nein. Danke.